Die Weltentwicklerkonferenz 2023 liegt hinter uns und es wurde, ja es wurde nicht nur ein Headset vorgestellt, sondern auch jede Menge interessante neue Software für die Apple-Geräte, über die es sich lohnt mal intensiv zu sprechen. Und genau das haben wir jetzt vor, hier im Mac & i Podcast. Und heute mal ein Solo für uns beide, lieber Leo, hallo, grüß dich. Hallo Malte, schön, dass du es wieder zurück nach Deutschland geschafft hast. Da bin ich allerdings auch froh, das war gar nicht so einfach. Ja, man sollte meinen, eigentlich von Cupertino zurück nach Deutschland sei ein gelöstes Problem, aber es scheint keins zu sein. Nein, es war tatsächlich etwas schwierig, weil das Flugzeug dann ausgefallen ist und es musste ein neues beschafft werden. Es war nicht ganz so einfach. Die Hinreise war deutlich einfacher, aber der Aufwand hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es war schon mal sehr spannend, die WWDC mal aus dieser anderen Perspektive nach vielen Jahren, wo ich sie ja auch mal nur von außen gesehen habe, kennenzulernen. Du hast ja einen sehr interessanten Termin dafür ausgesucht, da hinzufliegen, weil die natürlich jetzt auch unter dem, ja eigentlich immer sehr spannenden WWDC ist, schon besonders spannend war, könnte man diesmal sagen. Ja, also der Termin hat ja eher mich ausgesucht als ich den Termin. Insofern war das schon fast eine schicksalhafte Fügung. Aber ja, dass das jetzt natürlich ausgerechnet dann das Headset vorgestellt wurde und damit eine ganz neue Produktkategorie aufgemacht wurde, überhaupt, sage ich mal, wie die Anspannung, die im Vorfeld auch dieser WWDC da war und die man auch am Vorabend da schon vor Ort da in Kalifornien gespürt hat. Also das war in der Tat, glaube ich, schon wirklich eine sehr denkwürdige Veranstaltung. Ja, das war ja im Vorfeld, also ich meine natürlich im Hinblick auf das Headset, das wäre ja wirklich verrückt fast gewesen, wenn das nicht aufgetaucht wäre, dann am Montagabend auf der Keynote. Aber es war natürlich auch faszinierend zu beobachten, dass die Keynote in einer Hochgeschwindigkeit über Macs hinweg gebügelt ist, wenn man so will. Und wir wollen diesen Macs natürlich auch noch mehr Zeit widmen, auf jeden Fall. Das werden wir aber erst in der nächsten Folge tun, weil wir dann auch erst mehr über diese Macs im Detail wissen. Aber die sollen schon ausführlich auch gewürdigt werden, weil sie, das war also, also diese Geschwindigkeit, in der die abgehandelt wurden, das war schon rekordverdächtig, muss ich sagen. Und da war auch irgendwie klar, okay, wenn innerhalb von 10 Minuten bis 15 Minuten drei Macs und ein Mac Pro abgefrühstückt werden, dann kommt auch noch andere Hardware hinterher. Ja, und auch mit dem Fortschritt bei der Software, auch die war ja so schnell, man hörte immer nur ständig das Wort Next, Next, Next. Und ja, irgendwie war klar, also entweder wollen die heute früh Feierabend haben und Party machen oder aber sie wollten eben noch was Größeres eben präsentieren. Und das kam dann ja auch erwartungsgemäß. Vielleicht so als Eindruck von vor Ort, was ganz interessant war und da hatte ich eigentlich keine Vorstellung oder eher eine andere Vorstellung von war. Ich habe mir das immer so vorgestellt wie in Vor-WWDC-Zeiten. Also da wird ja dann auf dem Apple-Park-Gelände, wird ja auf einer riesigen Leinwand, wird ja diese Keynote dann parallel zum Online-Streaming dann da gezeigt. Tatsächlich hat sie immer sogar, ist sie immer eine Minute früher dort, also wird sie dort gezeigt, sodass man dann schon was verraten kann. Und die da draußen wissen das noch gar nicht im Twitter-Universum sozusagen. Und ich dachte immer, das läuft so ab wie damals bei den WWDC-Veranstaltungen, bei den Keynotes, dass es dann auch mal richtig ganz viel Applaus gibt und da so ein bisschen so Stimmung ist. Aber es war tatsächlich eine sehr konzentrierte Veranstaltung. Also die Entwickler, die dort saßen und die Medienleute, gut, das sind ja vor allem die Entwickler, die ja jetzt die Beifallstürme dann geraten könnten. Aber das war richtig andächtig, was ich auch dann der Tatsache geschuldet sehe, dass es einfach so schnell ging, dass man sich jetzt nicht irgendwie damit aufhalten konnte, jetzt erstmal zu klatschen und zu johlen, sondern dass es ja schon gleich die nächste Neuigkeit gab, die man dann im Weitfall überklatscht hätte. Also es war an einigen wenigen Stellen, da hast du wirklich so gemerkt, so Hurra. Und es war auch teilweise ganz kurios, wobei der Applaus aufbrandete. Ja, das ist immer faszinierend zu beobachten natürlich. Die Reaktionen sind ja so eine Live-Reaktion. Das kennt man ja auch vielleicht aus sehr alten Zeiten noch aus dem Kino, wo praktisch das Publikum halt mit dem Medium interagiert durch plötzliche Ausbrüche von Emotionen. Und das ist natürlich schon faszinierend zu beobachten. Es gibt ein sehr schönes TikTok-Video von der Sekunde, in der der Preis von dem Vision-Bro-Headset angekündigt wurde. Und man hört so ein allgemeines so, uuuh, uuuh, sehr undefinierbarer Schmerzgeräusch. Und das war, glaube ich, so der Negativpunkt oder der Tiefpunkt der Reaktion. Und so der Höhepunkt war lustigerweise, oder einer der Höhepunkte, natürlich neben jetzt diesem One More Thing, das hat natürlich auch für Begeisterungsstimme gesorgt. Aber jetzt, sei mal, jenseits der Vision Pro bei der Software war es lustigerweise die Haustiererkennung, die jetzt in der Fotos-App da ist. Die dann so, hey, hurra, und darauf haben wir gewartet. Es ist lustiger, weil ich musste auch erst darüber schmunzeln, aber als dann plötzlich mein Hund unter den Fotoalben aufgetaucht ist, auf die Fotoalben sozusagen von der Familie und plötzlich war der Hund dabei, war das, das hat mich komisch berührt auf einer Ebene, die ich nicht erwartet hatte. Also ich muss ehrlich sagen, der Applaus für diese Funktion ist sehr berechtigt. Also ich kann das nur unterschreichen und ich war davon wirklich erstaunt, weil das war, ist wirklich, also es ist eine schöne Erfahrung zu sehen. Und ich meine, ich habe jetzt nur einen Hund, aber ich meine, offensichtlich, wenn du drei Hunde hast, dann kriegst du halt drei Alben für deine drei Hunde, jeder ein Album. So wie du halt für Personen natürlich auch ein eigenes Album hast. Eigentlich toll, wenn das funktioniert. Ja, absolut. Also da sehe ich, da sehe ich genauso. Am Ende sind das ja auch Familienmitglieder. Und es geht ja um die Liebsten. Das ist ja so der Oberbegriff, die Liebsten, die man hat. Und ja, auch da sind ja die Haustiere auch mit dabei. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, dass das auch dort vor Ort, also dass das jetzt unter den Konsumern dann natürlich für Beifallstimme sorgt. Aber dass die Entwicklergemeinde da jetzt auch so Anteil dran genommen hat, das fand ich schon eher lustig. Aber der Mac Pro, der hat schon auch ein bisschen Freude ausgelöst, oder? Der war ja doch auch ein Überraschungsgast, könnte man sagen. Wer so richtig gerechnet hatte, da ja kaum jemand, glaube ich, damit. Ja, überhaupt dieses Gespann Mac Studio und Mac Pro, dass das auch jetzt zeitgleich kam. Es war ja im Vorfeld immer mal gemunkelt worden, dass das so, dass die im Wechsel kommen könnten. Ein Jahr Mac Studio, dann das nächste Jahr Mac Pro und dass sie sich mal die Klinke in die Hand geben. Dass die tatsächlich, dass der Mac Studio jetzt schon erneuert wurde, überhaupt erneuert wurde. Der war ja auch so als Fugen-Mac mal angesehen worden. Und gleichzeitig eben der Mac Pro, der ja jetzt diese Transformation abschließt, weg vom Intel-Chip zum Apple Silicon, dass der jetzt dann plötzlich auch da kommt in dieser vollgepackten Keynote. Ja, das war auch sicherlich einer der Momente, wo großes Kino buchstäblich herrscht. Ja, spannend. Was hast du denn, was sind denn für dich so die, so das große Thema oder die großen Themen diesmal gewesen, was die, was Apple versucht hat da zu transportieren in seinen Systemen? Jetzt mal die Vision Pro und Vision OS als ganz neue Plattform ausgeklammert, aber einfach mit den restlichen Systemen, wo siehst du da so die großen Bereiche, die neu waren? Ja, die Zeichen stehen eigentlich weiterhin auf Verbesserung des Vorhandenen, ist so mein Eindruck. Also dass Apple tatsächlich, und das machen sie ja seit zwei, drei Jahren sehr intensiv, sich anschauen, welche Funktionen, die bei Nutzern wertgeschätzt werden, kann man verbessern? Wo kann das User-Interface verbessert werden? Wo kann es praktischer sein? Solche kleinen Sachen, die stehen gerade in diesem Jahr jetzt besonders im Fokus, ist so mein Eindruck. Weiß nicht, wie dir das geht. Ja, hatte ich diesmal auch den Eindruck. Ich meine, die negative Auslegung davon ist ja zu sagen, sie hatten halt einfach keine Zeit, ganz große Sachen umzusetzen. Und da wird auch ein Funken Wahrheit drinstecken, denke ich, weil ich glaube, man hat gesehen, dass in Vision OS sehr viel Arbeit drinsteckt und sehr viel Mühe in der Basis, die sie dafür gelegt haben. Und auch den neuen Interaktionen und auch den neuen Interaktionen und den ganzen Sachen, die sie sich da entsprechend ausgedacht haben. Und ja, es ist ja wirklich ein erweitertes, im Raum sprichwörtlich erweitertes Betriebssystem. Aber für mich ist es oft so, dass manchmal eine kleine Funktion, die bei mir den Alltag vereinfacht, die kann, das ist besser als irgendwie die große Highlight-Funktion. Also das sind so ganz, gerade diese ganz kleinen Sachen. Der Klassiker ist halt diese Automatik, um zum Beispiel SMS-Codes für Zwei-Faktor-Authentifizierung einfach automatisch einzufügen. Und die haben sie jetzt ja auch nochmal ausgebaut, um diese blöden E-Mail-Codes halt automatisch einzufügen und diese verdammten Nachrichten mit den SMS-Codes auch automatisch wieder zu löschen. Ja, also das sind kleine Funktionen, aber es ist halt eine Funktion, die eine Dauernervsache oder so eine Dauernervsache, dass du diesen extra Code eintippen musst und dass du danach halt deine ganze iMessage-Konversationen irgendwie mit so, hier ist dein Zugangscode für PayPal, hier ist dein Zugangscode für XYZ-Dienst, halt vollgemüllt sind, dass das einfach automatisch aufgeräumt wird. Das sind schon praktische Sachen. Also da bin ich, ich bin immer sehr froh über diese kleinen Neuerungen. Ich denke, dass Vision OS auch erklärt, ich würde das nicht nur auf dieses Jahr beziehen, wir beobachten ja schon seit einigen Jahren jetzt diese Entwicklung, dass Apple sich da aufs Kleinere fokussiert bei den vorhandenen Betriebssystemen und dass sie teilweise ja auch Engpässe hatten. Wenn ich jetzt mal an das iPad im letzten Jahr denke, iPadOS mit dem Stage Manager, der was dazu geführt hat, dass iPadOS einen Monat später rauskam, als ursprünglich gedacht und auch so der Stage Manager seine Probleme hatte. All diese Personalengpässe, die womöglich dazu geführt haben, sehe ich auch in einem Bezug dazu, dass man dieses Großprojekt parallel gestemmt hat, was ja wirklich dann auch grundlegende Arbeit erfordert hat. Also die haben ja wirklich eine komplett neue Architektur, zwar mit vorhandenen Elementen teilweise der anderen Betriebssysteme, aber in mancherlei Hinsicht, gerade was das Räumliche angeht, ja auch von, wie Sie sagen, ground up. Und das hat natürlich massiv wahrscheinlich Kapazitäten gebunden, weil auch Apple hat ja nicht einen unerschöpflichen Fundus an Entwicklern dann zur Verfügung. Zugleich sind wir ja auch an einem Punkt angekommen, jetzt nach diesen sehr vielen Jahren, auch die es iOS ja schon gibt. Ich meine, das ist ja, iOS ist ja praktisch auch schon mit 15 Jahren ja schon ein altes oder ein etabliertes Betriebssystem. Und man sieht ja auch gerade, wenn man zum Beispiel rüberschaut, was Google im Mai auf der I.O. für Android angekündigt hat, nämlich praktisch nichts, wenn man so will. Also außer ein bisschen Generative AI Wallpaper, die nett aussahen, aber es waren, also das waren so winzige Ankündigungen, die da für das Betriebssystem vorgenommen wurden. Und da mag dann im Detail auch noch mehr drinstecken, aber da ist es schon so, dass ich jetzt auch von Apple, wir an einem Punkt angekommen sind, wo natürlich diese großen Fehlstellen, die ursprünglich halt in iOS gerade natürlich waren, die haben sie ja im Laufe der Jahre immer geschlossen. Und natürlich gibt es immer Elemente, wo man sagt, okay, da wäre es gut, wenn mal wieder rangegangen würde und Benachrichtigungen in macOS und auch die Benachrichtigungen von iOS. Da könnte auch noch viel passieren und wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch noch passieren. Aber sie haben mir wirklich, also sie nehmen schon sich auch immer solche Fehlstellen vor und auch man merkt auch, dass sie, glaube ich, reagieren darauf, zum Beispiel die Möglichkeit, jetzt Notizen in der Notiz-App zu verlinken. Das ist ja eine sehr spezialisierte Funktion, aber das ist so eine, glaube ich, was schon auch aus dem Feedback der Nutzer rauskommt, wo Leute einfach sagen, ja, für eine richtige Notiz-App brauche ich die Möglichkeit, innerhalb dieser Notizen untereinander verlinken zu können. Das ist einfach eine elementare Funktion für eine ernsthafte Notiz-App, wenn du so willst. Und die ist jetzt dann, oder die ist dann in Zukunft eben mit iOS 17 und dann den anderen neuen Betriebssystemen auch, ist die einfach eine Neuerung, die man plötzlich hat als Funktion und die halt so eine grundlegende Funktion ist. Also da, denke ich, ist es einfach wichtig, dass sie da konsequent ausbauen an solchen Stellen. Ja, und am Ende ist es ja auch so, die Funktion von Apple ist ja, dass sie tatsächlich ein gutes System bereitstellen. Und die Frage, was gehört ins System, ist ja eine, worüber auch gestritten wird. Denn wir haben ja auch gesehen, dass Apple erfolgreiche Apps gesharelockt hat und dann wurden da plötzlich dann App-Entwickler ihrer Existenzgrundlage im schlimmsten Fall dann beraubt. Also beraubt ist ein hartes Wort, aber letzten Endes ist ja schon, ist es eben so, Apple hat das abgezogen, weil sie gesagt haben, es ist von übergreifendem Interesse. Jeder muss das in seinem System drin haben. Die Frage ist ja, wie groß soll das System denn sein? Also wie viele Eventualitäten soll es abdecken? Und da ist das System ja auch schon über die Jahre viel gewachsen. Wir sehen ja auch jetzt noch Ergänzungen, die ja jetzt auch wieder dann anderen Apps dann ein wenig dann in die Quere kommen. Also wenn ich an diese Journal-App denke, die da dann later this year kommen soll. Ja, das ist etwas, was ja auch nicht ohne Beispiel ist im App-Store. Aber Apple hat da halt gesagt, okay, das ist jetzt ein Thema, das halten wir für übergreifend wichtig. Das soll jetzt nicht jemand sich extra besorgen müssen, das gibt es sozusagen ab Werk. Und man muss ja sagen, ergänzend zu dem, was du gesagt hast, wie lange es ja eben iOS schon gibt, ab Werk hast du ja jetzt nach all den Jahren der Entwicklung schon sehr viel. Und es ist tatsächlich, und das ist auch mein Eindruck so aus dem, was ich mal höre, den Leuten ist wichtiger, dass Fehler behoben werden, dass die Effizienz höher wird, dass die Batterie geschont wird und dass eben Dinge vereinfacht werden. Und das ist nicht spektakulär, das sind nicht diese großen Headliner-Features, aber das macht dich auf Strecke viel glücklicher als manche neue App, die da jetzt drin stecken könnte. Ja, das ist richtig. Und sie reagieren, also ich habe auch das Gefühl, dass gerade was diese eigenen Apps angehen, die ja wirklich natürlich besonders problematisch sind. Und diese Journaling- oder Tagebuch-App ist halt ein perfektes Beispiel natürlich dafür. Da habe ich auch das Gefühl, dass sie inzwischen das auch natürlich bemerkt haben und da natürlich auch Regulierungsbehörden und alle anderen so im Hintergrund drohend herumstehen. Und dann schon ein bisschen darauf reagieren, indem sie dann zum Beispiel sagen, okay, wir machen zwar diese eigene App und installieren die mitunter auch vor, aber wir bieten zumindest eine Schnittstelle für Entwickler, um diese Funktionen, die ja in diesem Fall auch so auf Systemfunktionen halt zugreifen und ja auch auf sensible Systemfunktionen, weil sie eben erfassen, an welchen Orten warst du an einem Tag oder wen hast du getroffen und welche Workouts hast du gemacht. Das sind ja Sachen, die willst du nicht einfach willy-nilly im System herumwerfen. Und zugleich aber diese Schnittstelle anzubieten für andere Tagebuch-Apps halt auch zu sagen, okay, du kannst eben darauf zugreifen in einer abgesicherten Form und der Nutzer kann das freigeben und darf erlauben, der App erlauben. Und dann hat diese App theoretisch auch die Möglichkeiten, zumindest vom Funktionsumfang, ihre eigene Tagebuch-App halt weiterzuentwickeln, ist natürlich immer noch ein Kompromiss, weil sie nicht vorinstalliert ist und weil natürlich Apples Tagebuch-App kostenlos ist. Und das macht natürlich alles einfach. Aber auf der anderen Seite können natürlich Entwickler schon auch, also ich meine, Apple lässt schon auch immer viele Funktionen weg in seinen eigenen Apps, die vielleicht man doch dann gerade die Intensivnutzer natürlich gern hätten. Und ich glaube, da gibt es, es gibt schon immer Chancen, da auch mehr zu bauen drumherum. Und das Positive ist ja immer zu hoffen dann darauf, okay, die Nutzer werden halt überhaupt mal drauf gestoßen. Man könnte ja eine Tagebuch-App benutzen. Und dann, wenn sie da erst mal drin sind und sich die Nutzung angewöhnt haben, dann wollen sie vielleicht irgendwann halt die Profi-Tagebuch-App, die ihnen halt wirklich mehr bietet, aber die halt dann auch ein Abo kostet oder sowas. Ja, das ist ein guter Punkt. Ich meine, gerade zum Beispiel im Fitness-Bereich hat Apple ja auch vielen Dritt-Apps den Weg bereitet, indem sie überhaupt ja diese Fitness-Funktion in ihre Systeme integriert haben und da oder über die Health-App zum Beispiel auch im Daten bereitstellen. An einen zentralen Punkt, die sich aus verschiedenen Quellen speisen. Also ja, natürlich. Also sie schauen dann, und das ist ja auch im Apples besten Interesse, der Dritt-Apps nicht das Wasser abzugraben, denn da daran verdienen sie auch extrem gut mit, je erfolgreicher die sind. Also deshalb ist es mal ein Kompromiss. Und sie schauen halt, okay, was muss jetzt mal ab Werk in die Software rein und dann vielleicht auch ihr Basic-Level? Und ja, was sollte besser draußen bleiben und dem App-Store überlassen bleiben? Ja, der App-Store selbst, der war ja, ist ja jetzt so ein bisschen links liegen gelassen worden thematisch. Also so im Unterbau gibt es so Kleinigkeiten für Entwickler, natürlich Verbesserungen, auch wieder bei In-App-Käufen und solche Sachen. Aber das sind dann wirklich spezifische, auf Entwickler zugeschnittene Funktionen. Aber so für den Endnutzer ist erstmal, ja, ich glaube, was jetzt neu ist, ist, dass du so ein bisschen, der Download von der App dauert noch ungefähr so und so lange. Du kriegst so ein bisschen erweiterte Anzeige, wie lange du wohl warten musst beim Download von der App. Ist vielleicht eine nette Funktion, wie stimmig dann diese Zeit ist, die da angezeigt wird, ist vielleicht nochmal eine andere Frage. Aber es sind halt Kleinigkeiten. Ja, aber sonst nochmal, ja, Entschuldigung. Sie haben ja noch, also das ist vielleicht noch ein Thema, was wir noch sehen werden, das haben Sie bei den Entwicklersachen angekündigt, dass es eine einheitliche Seite geben soll, augenscheinlich als Angebot als Entwickler das zu nutzen, um eben zum Beispiel In-App-Käufe und In-App-Abos zu präsentieren. Da haben Sie darauf reagiert, dass eben dann ziemlicher Wildwuchs herrscht, wie das sich, wie das da geboten wird. Und das ist zum Beispiel jetzt eine im Interesse der Nutzer auch, finde ich, positive Verbesserung, weil ich auch schon festgestellt habe, dass dieses Nicht-Vorhandensein einer Idee, wie das aussehen könnte, seitens Apple dazu führt, dass eben das mal gelungener und mal wenig gelungener angeboten wird. Und das lässt ja ein bisschen hoffen, dass es auch transparenter dann für viele wird. Ja, wobei natürlich das weniger Gelungene auch mitunter bewusst natürlich weniger gelungen gestaltet ist, um da diesen Abo-Dialog daraufhin zu optimieren, dass Leute da in etwas reinrennen, was sie vielleicht nicht unbedingt abschließen wollten. Also da muss Apple sich ja auch an manche Sachen nochmal genauer hinschauen. Man sieht es ja jetzt immer noch bei den ganzen Chat-GPT-Apps, die da gebaut wurden, bevor die offizielle App reinkam und die sind ja immer noch und die benutzen natürlich auch immer Werbeeinblendungen und verschiedene Methoden, um da Leute reinzubekommen und halt letztlich natürlich ein mehr oder weniger unsinniges Abo abzuschließen oder ein teureres Abo, als sie vielleicht zahlen müssten, wenn sie jetzt direkt die OpenAI-App benutzen. Also es ist so ein Basisproblem im App Store, was noch nicht verschwunden ist. Und ich glaube, ich meine, Apple ist da schon hinterher, aber nicht schnell genug. Also es ist, da ist zu viel noch im Argen. Ja, vielleicht schauen wir uns mal so ein paar große Sachen an, die neu gekommen sind. Ich glaube, mein iOS 17, eine der prominentesten Neuerungen, also Apple stieg ja mit Telefonfunktionen ein und hat zumindest mich da auf dem kalten Fuß erwischt. Aber eigentlich sind die Funktionen ganz nett. Ich weiß nicht, was du dir gedacht hast, als es mit Telefonen und Kontaktbildern losging. Das war so ein iPhone-Moment, Apple findet das Telefon neu. Das war doch damals einer der Slogans. Ja, aber sehr erfreuliche Sachen. Also wenn man jetzt zum Beispiel guckt, dass nach so vielen Jahren jetzt die Voicemail, die man ja gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass man die noch weiterentwickeln kann oder möchte, jetzt dann angegriffen hat mit eben dieser Möglichkeit, wahrscheinlich erreicht sie uns hier dann erst später oder deutlich später, dass man live mitverfolgen kann, transkribiert, wenn da jetzt jemand etwas eine Sprachnachricht aufspricht auf die Box und dass man dann auch reingehen kann in das Gespräch und kann sagen, ach, ich bin doch da, ich wollte nur jetzt die Leute abwimmeln und so. Also das finde ich schon ganz schick. Ja, finde ich auch sehr clever, muss ich sagen. Sie hatten, glaube ich, in der englischen Version des Betriebssystems ja so, dass du in deine Voicemail-Funktion reinschauen konntest und hattest da dann schon ein kleines Transkript. Das war lange Zeit als Beta auch in dem normalen System noch geführt. Und ich weiß gar nicht, aber das hat es ja bis nach Deutschland, hat es das meines Wissens nach nie geschafft. Aber jetzt, wenn es so prominent dann auf dem Sperrbildschirm erscheint, das ist natürlich schon ein anderes Kaliber. Und da hoffe ich, dass sie das dann eben auch schnell natürlich in den verschiedenen Sprachen einführen. Weil mir erscheint das auch eine sehr nützliche Funktion, muss ich sagen. Also das, ja, und diese Kontaktbildchen ist halt natürlich nett. Ich meine, das ist natürlich erst mal ein Spiel, ein bisschen unter iPhone-Nutzern untereinander, obwohl das ja auch andere, also das haben sie ja zum Beispiel hier auch wieder betont, dass das nicht nur die Telefon-App unterstützt, sondern natürlich auch irgendeine Voice-over-IP-App oder WhatsApp oder halt wer alle, die halt Calls oder Anrufe in irgendeiner Form anbieten, können das ja auch integrieren. Also vielleicht sehen wir das dann doch in einer größeren Form. Manchmal springen ja Leute auch auf unerwartete, also so das breite Publikum springt ja auch manchmal auf unerwartete Funktionen besonders an. Das wird dann einfach so ein Ding. Vielleicht gibt es dann so ein TikTok-Video, was fünf Millionen Views hat, wo halt irgendjemand zeigt, wie man diese Profilbilder anlegt. Also das sind ja so Sachen, die sich manchmal unerstaunlich verbreiten. Ja, sie zeigen auf jeden Fall mehr Mut zur Individualisierung der Geräte. Es war ja lange eben so, dass die Einträge auch so waren, wie sie waren, damit es uniform aussieht, weil Apple einfach wertschätzt, dann ein gewisses Design vorzugeben. Und jetzt ermöglichen sie ja deutlich mehr Personalisierung und dass die Leute dann eben auch ihrer Person irgendwie einen gewissen stilistischen Ausdruck geben können. Ich bin mal gespannt, wie weit diese Gestaltungsmöglichkeiten reichen, aber ich sehe das wie du. Die Frage ist halt auch, welche Akzeptanz erfährt denn so ein Feature? Ich könnte mir vorstellen, gerade bei jungen Leuten wird das halt sehr beliebt sein. Bei der Omi, die man iPhone geerbt hat, würde ich jetzt nicht erwarten, dass da groß was kommt. Aber wer weiß, wer weiß. Ich meine, die älteren Semester freuen sich ja vielleicht auch, wenn dann der Enkel erscheint beim Anruf. Also es ist ja ein bisschen vielleicht auch ein Barrierefreiheitsfeature, weil du weißt halt, du siehst ja gleich die Person, die dich anruft, in einer viel prominenteren Form als bisher. Ich meine natürlich mit den Kontaktbildchen und so konnte man sich das ja auch schon ein bisschen bauen. Aber es ist ja sinnvoll, das Spiel umzudrehen. Also dass der Anrufer das Bild baut, anstatt dass du für all deine Kontakte in dem Adressbuch ein eigenes Bildchen festlegst. Das war ja immer diese mühevolle Geschichte, dass Leute natürlich ellenlange Adressbücher haben, nie diese Adressbuchdaten bearbeiten, nie sich die Mühe machen, von all ihren Kontakten irgendwelche Kontaktbilder zu hinterlegen, sondern es muss, jede Person muss für sich selbst ihr eigenes Kontaktbild festlegen und das nach außen transportieren. Das ist der, jetzt kommen wir an den richtigen Weg, die richtige Richtung von dieser Funktion. Und ich finde es eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Also ich würde mich nicht wundern, wenn man das doch häufiger dann sieht, wenn es sich verbreitet hat, dass das als Funktion da vorhanden ist. Ja, und dann kannst du ja diese Kontaktdaten ja auch ganz einfach austauschen neu. Es gibt ja eine neue Funktion namens NameDrop. Dann bringt man die Geräte so ein bisschen aneinander. Wir kennen das von der Art und Weise her ja von den HomePods, wo man ja auch die Musik von iPhone auf HomePod dann eben übertragen kann, indem man einfach das Gerät dann einfach so fast rantippt und schon wechselt das dann. Denkst du, das wird auch häufig gebraucht werden? Ja, da war ich mir nicht ganz klar. Weil mich das auch sehr stark irgendwie an 2008 oder so erinnert hat. Es gab mal eine App namens Bump, die ungefähr genau das gemacht hat. Und die hat entweder Google oder Apple gekauft. Also das uralte Historie ist das. Und deren Idee war eben auch, dass du natürlich viel primitiver damals, weil da war natürlich noch nichts mit Ultra-Breitband-Funk und nichts mit NFC, sondern einfach das ging dann über Bluetooth und du musstest irgendwie die Geräte möglichst aneinander bringen. Das war alles sehr komisch damals und sehr rudimentär natürlich noch. Da sind wir jetzt natürlich, was die Funkschnittstellen angeht, auf einem ganz anderen Level. Und dadurch, dass es ja nicht nur auf Kontakt, also wenn es nur Kontakte wären, dann hätte ich gesagt, ja, okay, also ich meine, es wird schon, es gibt natürlich Anwendungsfälle dafür, ist klar, ja, also auf einer Konferenz oder solchen Sachen ist natürlich praktisch dann einfach zu sagen, hier ist mein Kontakt oder auch im privaten Raum natürlich zum schnellen Kontaktaustausch. Sicher nett, aber ich meine, wie oft macht man es halt, außer man ist professionell halt wirklich so damit unterwegs. Aber es erstreckt sich ja auch insgesamt auf den Austausch, auch von Dateien oder Fotos und diese AirDrop-Geschichte so ein bisschen zu vereinfachen und dass du nicht mehr dieses ganze, ich wähle jetzt erstmal aus, wem ich diese AirDrop-Datei schicke und so ein mehrstufiges Prozedere hast, sondern einfach deine Telefone aneinander hältst, um halt schnell mal ein Foto rüber zu schicken oder das, was man halt so per AirDrop irgendwo im Freundes- oder Familienkreis austauscht, finde ich, gehört sich für mich so an, also ich könnte mir zumindest vorstellen, dass das in meinem Alltag relativ gut ankommt. Ja, ist so ein klassisches Beispiel auch für so eine Vereinfachung, weil einfach der bisherige Weg, was zu AirDropen, du musst auf Teilen gehen, dann wählst du AirDrop aus, dann musst du gucken, ob das Gerät irgendwie auftaucht. Der hat ja gerade diejenigen dann überfordert, die jetzt dann nicht so profunde Kenntnisse hatten und wussten, wo sie das finden und das jetzt ist ein sehr einfacher Vorgang. Ich gebe dir sozusagen das Bild, also diese Geste auch relativ naheliegend. Das einzige Problem, was ich sehe, ist natürlich, in wie vielen Fällen das wahrscheinlich zu Missverständnissen führt, wenn dann jemand mit dem iPhone zu Android das übergeben möchte, denn wir leben ja in einem Android-Land in Deutschland und in den USA ist ja die iPhone-Verbreitung deutlich höher. Also man muss natürlich sehen, dass da wahrscheinlich auch Unverständnis darüber herrschen wird, dass das dann eben nur in der eigenen Plattform geht und warum das dann nicht übergreifend geht. Aber AirDrop ist ein gutes Stichwort. Was ich toll finde, ist die Möglichkeit, dass du auch AirDrops, die du machst, dann fortführen kannst, selbst wenn du dich dann wieder voneinander entfernst. Weil wir kennen das alle, man will eben einen größeren Fundus an Sachen übertragen, man muss aber doch irgendwie weiterziehen. Es hat sich hingezogen. Ja, toll, das geht halt nur in der Nähe bislang. Und jetzt geht das dann halt dann alternativ über das Internet weiter, wenn man sich voneinander entfernt. Ja, das ist interessant. Da bin ich gespannt, wie gut es funktioniert in der Praxis. Aber es hört sich nach einer sehr cleveren Erweiterung an, weil das ja auch da wieder so ein, gibt es das im Deutschen einen Schmerzpunkt, den Pain-Point gibt es den im Deutschen. Also ein Problem, was halt im Alltag einfach oft auftritt, gerade mit AirDrop. Also das kennt, glaube ich, jeder, der AirDrop mal verwendet hat oder häufig verwendet, dass da man entweder, man dann ungeduldig wird an einem gewissen Punkt und halt eigentlich irgendwas anderes dann machen will oder eben nicht mehr warten will, bis die Dateien übertragen sind. Und das dann letztlich aufs Internet auszulagern, ist natürlich eine sinnvolle Erweiterung. Also da hoffe ich schon auch, erhoffe ich mir viel von der Funktion. Da fällt übrigens gerade ein, weil ich jetzt sage, das ist natürlich ganz wichtig, der Hinweis, jetzt ist es nur in den Betas, denn wir reden ja über künftige Software. Apple hat die Software jetzt vorgestellt. Sie ist in den Entwickler-Beta-Versionen interessanterweise sogar für jedermann einsehbar. Es war ja befürchtet worden, dass das eben stärker eingeschränkt wird, weil Apple das ja an die Apple-ID bei den Entwicklerprogrammen gekoppelt hat. Ist es nicht. Jeder kann das mittlerweile auch, man muss gar nicht mehr die Public-Beta abwarten, aber die finale Version, also wer auf Nummer sicher gehen möchte, und das ist immer zu empfehlen bei Beta-Software, der oder die bekommt das dann im Herbst mit den ganzen fertigen Versionen. Also das ist ganz wichtig an der Stelle, bevor jetzt nämlich unsere Hörerinnen und Hörer jetzt dann suchen auf ihren Geräten, wo sind denn diese beschriebenen Funktionen, von denen die die ganze Zeit reden, da müssen wir uns noch etwas in Geduld üben, zumindest wenn wir nicht wagemutig sind. Ja, und man kann wirklich nur, also man kann nur bei den, gerade diesen Entwickler-Betas, auch wenn die jetzt relativ einfach eben und relativ einfach sich offiziell herunterladen lassen, kann man wirklich nur dazu raten, vorsichtig zu sein oder ein Zweitgerät zu benutzen und wirklich sehr genau zu überlegen, ob einem eventuell Probleme, eventuell auftretende Probleme einem es wert sind, jetzt zu so einem frühen Zeitpunkt halt diese Beta zu installieren, weil es, also Klassiker sind zum Beispiel Banking-Apps, die in den Beta-Versionen mitunter nicht funktionieren und wenn man dann plötzlich dasteht und keine Überweisungen mehr tätigen kann, ist es halt blöd. Also das, das als Warnhinweis, glaube ich, muss man es immer wieder erwähnen, aber wer natürlich sehr interessiert dran ist und noch irgendein Drittgerät oder Zweitgerät rumfliegen hat und es unbedingt mal anschauen möchte, kann man natürlich alles machen inzwischen, sehr einfach dann ohne auch auf diese Public Beta im Juli dann zu warten oder eben auf wahrscheinlich dann plus minus September zu warten, bis man es wirklich allgemein installieren kann. Wo unseren Peter-Lustig-Moment jetzt auch gehabt, wird nicht nachmachen. Ja, gucken wir mal weiter auf das, was da drin steckt. Ja, eine Funktion, auf die ich mich sehr freue auch und die ich sehr interessant finde, die eigentlich auch zu total naheliegend ist, ist, dass man das Always-On-Display dahingehend ausnutzt, dass man künftig das Gerät, das iPhone im Standby, in den sogenannten Standby-Modus versetzt. Also im Querformat, in der Ladestation werden dann Widgets zum Beispiel angezeigt, wie ein Kalender, eine Uhr, alles Mögliche, was es da so gibt. Ja, es ist interessant, dass die Funktion zuerst vor allem auf dem iPhone landet. Die schreit ja ein bisschen nach dem iPad, diese Funktion gefühlt. Aber klar, ich meine, iPhone ist die größere Plattform und am Schluss sind es halt dann mehr Leute, die vielleicht auch davon was haben. Und natürlich, also wer natürlich ein iPhone 14 Pro und 14 Pro Max mit dem Always-On-Display hat, der hat natürlich wirklich den größten Vorteil von dieser Funktion. Aber auf den anderen Geräten ist sie auch. Man muss da natürlich das Display antippen, um sie dann aufzurufen. Aber sie wird vorhanden sein. Und diese Idee, dass das iPhone während des Ladevorgangs, und der Klassiker ist ja vielleicht auf dem Nachttisch oder eben auch auf dem Schreibtisch, zu so einem kleinen Zusatzdisplay zu machen, auf dem halt dann die wichtigsten Funktionen in groß dargestellt werden, ist schon sinnvoll. Also auch Benachrichtigungen oder man kriegt auch den Anruf natürlich signalisiert oder man kann auch mit Siri interagieren. Also man hat sehr viele Funktionen oder kann sich auch einfach Fotos anzeigen lassen. Also oder einfach eine Uhr und einen Kalender. Also auch da sind wieder die Anpassungsmöglichkeiten relativ, für Apples Verhältnisse relativ weitreichend, würde ich sagen. Also eine schöne, kleine, große Funktion, die durchaus, glaube ich, im Alltag auch sehr viele erfreute Benutzer finden wird, könnte ich mir vorstellen. Überhaupt wird es. Es ist ein großes Thema dieser WWDC gewesen. Also zum einen, dass sie an immer mehr Stellen zu finden sind. Wir sprechen ja auch noch über iPadOS. Hier, wie gesagt, im Querformat, in diesem Standby-Modus. Aber generell, sie sind auch jetzt ja künftig in den neuen Versionen interaktiv. Man kann sagen, back to the roots, weil am Ende ist das ja eigentlich eine Funktionalität, die wir schon hatten. Ja, aber es ist ja gut, dass wenn solche Sachen zurückkehren, will ich mich auch nicht beschweren, muss ich sagen. Also ich bin ganz froh drum, dass man zumindest mal zum Beispiel Wiedergabe pausieren oder weiterführen kann. Musikwiedergabe, Audiowiedergabe. Und da Apple hat, glaube ich, Erinnerungslisten abhaken gezeigt, To-Do-Listen abhaken. Das sind natürlich so die Klassiker. Und das ist schon schön, weil die Widgets, ich fand die Widgets schon jetzt sehr nützlich immer. Aber natürlich fehlte ihnen dieses Element einfach, seit Apple sie auf diese neue Basis gestellt hat, die sich ja dann so schrittweise durch die Betriebssysteme ausbreitet. Und das passiert jetzt im Herbst ja nochmal, dass letztlich die Widgets, die so prominent schon auf dem iPhone seit iOS 15 schon sind, und dann kamen sie praktisch hinterher, also das iPad ist ja immer ein bisschen, immer ein Jahr hinterher. Und letztlich sind wir jetzt an einem Punkt angekommen, dass die Plattformen, alle Widget-Plattformen werden, bis runter zur Apple Watch, auf der ja, da kommen wir auch gleich noch zu, die Widgets dann viel prominenter mit einer eigenen Ansicht präsent sind und jederzeit greifbar sind. Und natürlich auch auf dem Mac, was relativ irre ist, weil auch da waren die Widgets natürlich vorhanden. Aber ich glaube, dass viele Nutzer sie in diesem versteckten Mitteilungszentrum, Kontrollzentrum, was da so auf der Seite ist, vielleicht selten bis nie gesehen haben. Und mit macOS 14 wird man die dann ab Herbst dann einfach auf seinen Bildschirm, nicht auf seinen Bildschirm, sondern auf seinen Schreibtisch eben legen können. Und damit hat man dann halt ein Widget immer im Blick. Und auch halt eben die Widgets, die man vom iPhone kennt und nutzt. Und das ist schon was, was ich schon als sehr praktisch empfinde. Also das ist wirklich schön. Und wenn man in einem Fenster im Vordergrund arbeitet, dann werden die so ein bisschen durchsichtig im Hintergrund, sodass sie nicht ablenken sollen. Das hat Apple auch demonstriert. Und das ist wirklich eine gute Idee gewesen, diesen Widgets auch in macOS wieder eine prominentere Stelle im Betriebssystem einzuräumen, die sie auch eigentlich verdient haben, weil praktisch Zusatzinformationen im Blick zu halten, finde ich. Ja, aber auch schon eine interessante Entwicklung, dass Apple ja so teilweise damit die Inhalte oder die Funktionen aus den Apps herausholt und auf eine gewisse Weise ja auch ins System integrierbar macht. Also ich denke jetzt auch gerade bei Widgets für Smart Home ist es ja auch sehr nützlich, wenn ich da nicht in die App gehen muss, sondern habe das eben auf meinem Homescreen drauf. Im Grunde genommen ist es ja wie ein App-Schalter, nur dass ich mir da den zweiten Step dann spare. Und das vereinfacht das Ganze natürlich dann auch. Ja, also ich hoffe, dass Sie mit den Widgets auf jeden Fall dadurch, dass Sie jetzt diese neue Basis geschaffen haben und so jetzt schrittweise eben von einem Betriebssystem ins andere gewandert ist und jetzt auch anfängt, wieder interaktiv zu werden. Also die spielen eine wichtige Rolle. Ich glaube, das ist schon wirklich eine der großen Sachen jetzt gewesen, weil es halt natürlich auch alle Betriebssysteme umspannt, außer vielleicht TVOS. Aber selbst TVOS wurde ja dieses Jahr mit interessanten Neuerungen zumindest beworfen. Warst du überrascht, dass TVOS überhaupt Erwähnung fand? Oder wie war deine Reaktion auf TVOS? Das muss man sich ja mittlerweile im Kalenderrot ankreuzen, wenn TVOS mal noch eine Rolle spielt. So sehr ist es ja in den letzten Jahren teilweise in den Hintergrund geraten oder war dann nur für solche US-Only-Funktionen rund um den Sport dann halt eine Erwähnung wert. Aber dies Jahr mit der Möglichkeit, FaceTime auf dem Apple TV zu machen, mit Continuity, mit dem iPhone als Kamera. Spannend. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das uns diese Funktion jetzt erwartet. Aber es ist natürlich auch ein toller Use Case für viele Familien, die zum Beispiel jetzt sagen, so kann man Opa und Opa mal anrufen, hat sie aber gleich auf einem großen Bildschirm. Das ist schon eine super Sache. Ja, das denke ich war eine lange überfällige Erweiterung für TVOS. Es gab ja auch immer wieder die Spekulationen, ob Apple nicht irgendeine Form von Hardware bringt, irgendeine Soundbar oder sowas, die man unter den Fernseher legt und wo man vielleicht auch eine Kamera integrieren könnte, obwohl es halt immer heikel ist. Kamera im Wohnzimmer ist ja nochmal so ein eigenes Ding, was man vielleicht nicht unbedingt will. Und dann zu sagen, wenn ich halt auf dem Fernseher telefonieren will oder über dieses große Fernsehbild halt eine Videokonferenz führen will, kann ich halt einfach mein iPhone dann hinlegen, so wie ich es ja jetzt schon von dem Zusammenspiel mit macOS gewohnt bin, das halt dann einfach das iPhone-Kamera-Bild, was ja wirklich von der Qualität einfach sehr gut ist. Je neuer das iPhone ist, natürlich umso besser. Und in Apples interesse sich ja auch, dass da neue iPhones Absatz finden. Aber das ist schon eine tolle Sache. Und das wertet TVOS durchaus auf, finde ich. Also das ist schon ein guter Neuzugang. Und Sie haben offensichtlich auch die, sagen wir, leicht erzürnten Rufe gehört, dass Leute ihre Siri-Fernbedienung vom Apple TV nicht mehr finden. Und nachdem sie irgendwie vergessen hatten, diesen U1-Chip da reinzubauen, haben sie dann gesagt, okay, jetzt kannst du sie wenigstens so per Annäherung mit deinem iPhone kannst du auch die Fernbedienung suchen gehen. Schauen wir mal, wie genau das dann wird. Weil da fehlt natürlich dieser U1-Chip. Der ist ja nun mal dafür prädestiniert, was wirklich genau im Raum zu orten. Aber so, das wird wahrscheinlich so ungefähr wird es schon funktionieren. Und besser als verzweifelt zu suchen. Aber schon bemerkenswert, dass Sie das hinbekommen haben. Also das war ja so eine Funktion, wo ja Großes, wie du sagtest, Raunen war, dass das eben mit dem neuen Apple TV nicht gekommen ist. Weil alle haben erwartet, wenn es jetzt nicht hardware-technisch eingebaut ist und vorgestellt wurde, ja, dann müssen wir die nächste Generation wieder abwarten. Und wer weiß, wann die rauskommt. Und ja, jetzt geht das plötzlich doch. Warum nicht gleich so, möchte man schon fast sagen, oder? Also, aber es ist auch da, glaube ich, kann man sehen, dass Apple manchmal ein bisschen verspätet. Aber dass sie durchaus schon reagieren auch auf dieses Feedback von, wenn nur genug Leute sich melden und sagen, ja, wäre schön, wenn das doch auch käme. Ja, was gab es in iOS 17 noch Großes? Ich meine, es waren viele kleine Sachen, die rund um, also interessant fand ich, dass sie zum Beispiel Videokonferenzen auch so ein bisschen so Präsentationen. Und das ist ja auch auf macOS ein Element, was neu ist. Diese Möglichkeit in macOS vor allem haben sie den Fokus gerichtet darauf, dass die Bildschirmfreigabe vereinfacht wird, was, glaube ich, sehr wichtig war, weil die immer sehr versteckt war. Und ich glaube, viele Leute sich nicht daran erinnern konnten, wo und wie gebe ich jetzt genau meinen Bildschirm frei? Und dann zu überlegen, nee, wir integrieren das einfach in die Fenstersteuerung selbst. Und du gehst nicht mehr in deine Videokonferenzsoftware und suchst irgendwo kompliziert, wo ist die Bildschirmfreigabe? Also ich kann mich auch fast nie daran erinnern. Also egal, ob es Teams ist oder Zoom oder was auch immer. Gerade Leute, die hin und her wechseln zwischen verschiedenen Videokonferenz-Tools. Wo gibt man halt sein Bildschirm frei? Und dann einfach auch das umzudrehen und zu sagen, nein, du gibst dein Bildschirm dann praktisch über das Fenster frei. Das müssen natürlich die Voice-Over, diese Videokonferenz-Apps müssen das natürlich integrieren. Und dann kannst du aber letztlich dein Fenster, in deinem Fenster das Steuerelement anklicken und sagen, so, das gebe ich jetzt in Zoom frei. Und dann ist halt dieses Fenster in Zoom freigegeben. Das ist natürlich eine kleine, aber sehr nützliche Änderung. Aber was man dieses Jahr gesehen hat an diesen Funktionen ist, diese Sachen haben ja immer so einen Vorlauf bei Apple von zwei bis drei Jahren zwischen der Idee und der Umsetzung. Und das, was du gerade genannt hast, dieser Fokus auf mentale Gesundheit, aber auch zum Beispiel diese ganzen PDF-Funktionen, die sie vorgestellt haben für die gemeinsame Arbeit an Dokumenten. Ja, wenn da mal nicht eben die Lockdown-Phase in Corona-Zeiten eben dann den Ausschlag gegeben hat, dass Apple-Mitarbeiter selber, die plötzlich ins Homeoffice versetzt waren, damit konfrontiert wurden, mit eben diesen Fragestellungen, wie kann ich das Fenster teilen, warum kann ich meinen PDF nicht vernünftig bearbeiten und, und, und. Und so auf die Idee gekommen sind, ja, wir haben es doch in der Hand. Wir können doch das Betriebssystem einfach ändern. Ja, das ist auch lustig. Auch PDF hat mich verblüfft. Also es ist natürlich toll, dass das PDF noch eine Erwähnung findet und eine Weiterentwicklung ist vielleicht eine blöde Beschreibung. Aber dass man noch Funktionen auch einfach integrieren kann, Basisfunktionen, die einfach für jeden nützlich sind, der plötzlich ein PDF-Dokument per Mail bekommt oder irgendwo runterladen muss und weiß, okay, das muss ich jetzt nur schnell ausfüllen. Und da muss man auch immer irgendwie, manche Tools sind dann viel zu spezialisiert, manche Tools machen es auch nicht richtig. Und das ist halt ein riesen Hickhack. In der Hoffnung, dass es Apple richtig gemacht hat, da müssen wir uns natürlich auch noch vielleicht überraschen lassen, ich habe das jetzt auch spezifisch, die PDF-Funktion habe ich auch noch nicht ausprobiert, dann ist das auf jeden Fall auch eine sehr nützliche, sehr, sehr nützliche Erweiterung, glaube ich, von der Basisfunktion, die halt eigentlich einfach standardmäßig integriert ist und integriert sein sollte. Was ich noch eine tolle Neuerung finde und auf die wir ja jetzt auch schon so schrittweise zugesteuert sind, ist, dass sie den iCloud-Schlüsselbund oder die Passwortverwaltung, die integrierte Passwortverwaltung doch deutlich ausbauen und endlich das Konzept einführen, dass du bestimmte Einträge aus deinem Schlüsselbund, also bestimmte Passwörter oder auch eben Passkeys natürlich, wenn wir schon in dieser Zukunft der Passkeys sprechen, dass du die zum Beispiel mit der Familie teilen kannst oder eventuell auch Freunden teilen kannst oder mit wem auch immer man eben möchte teilen kann. Einfach ein Passwort, einen Zugang zu bestimmten Diensts zum Beispiel, den man gemeinsam nutzt, dann eben für Dritte freigeben kann und das natürlich auch untereinander aktualisiert wird. Also wenn das Passwort zurückgesetzt wird und dann jemand das Passwort eben ändert und das neue Passwort einträgt, dann ist das bei den anderen eben auch wieder in aktueller Version, landet es dann zurück und das ist schon eine deutliche Erweiterung von diesem iCloud-Schlüsselbund, der ja sehr eingesperrt lange Zeit war und auch sehr begrenzt und den haben sie ja jetzt so in den letzten zwei, drei Jahren so immer jedes Jahr einen Schritt mehr, dass man ein bisschen Notizen eintragen kann und dass man die Zwei-Faktor-Codes drin hat und jetzt kann man halt eben Passwörter ab Herbst, dann kann man die Passwörter halt auch teilen und mit anderen nutzen. Das finde ich eine sehr, sehr wichtige und sehr erfreuliche Erweiterung. Ja, das ist ein klassisches Beispiel dafür, wie Apple dann tatsächlich ein Konzept, was es ja als Dritt-Apps im App Store schon gab, die Passwort-Manager, sich zu eigen gemacht hat als App, die ab Werk im System ist, wo es aber auch aus Sicht der Nutzer sinnhaft und richtig ist, dass sie das tun, weil gerade das Thema Sicherheit und Passwortverwaltung ist ja eben ein Essential und da wiederum würde ich es nicht verstehen, wenn sie es komplett den Dritt-Apps überlasten. Dass sie da ein gutes, ein besser werdendes Angebot machen, finde ich vollkommen okay und ich sehe auch, dass die Passwort-Manager-Apps, die es da draußen gibt, immer noch dann mehr Werte liefern für eben Power-User oder eben spezielle Nutzerbedürfnisse, dass sie, denke ich, auch ihr Auskommen da weiterhin finden. Aber selbst wenn es dem nicht so wäre, ich halte das Thema einfach für zu wichtig, als dass sich Apple da rausziehen sollte, denn ja, wir lesen und hören immer wieder über Passwort-Diebstähle und andere Dinge oder dass eben generell die Bereitschaft, sichere Passwörter anzulegen, gering ist, wenn kein Passwort-Manager genutzt wird, weil man sich nicht alles merken kann und möchte. Ja, und das ist gut, wenn das System gute Vorrichtungen bereitet. Ja, und es muss halt bequem sein und einfach automatisch passieren. Und was man ja Apple nicht in Abrede stellen kann, ist, dass sie sich zum Beispiel auch sehr stark jetzt darum gekümmert haben und das wird auch mit den neuen Betriebssystemen weiter ausgebaut, dass eben diese Dritt-Passwort-Manager, die spezialisierten Passwort-Manager, durchaus auch gut integriert werden. Also die dürfen auch eben auf das Zeug dann entsprechend zugreifen, sodass die sich auch in Apps integrieren können und auch in die Browser integrieren können. Und das wird jetzt auch nochmal ausgebaut, zum Beispiel, dass auch eine Unterstützung für Chrome entsprechend auf Systemebene gibt. Und für Firefox, das müssen natürlich diese Browser integrieren jeweils, aber dann hast du praktisch auch die Möglichkeit, eben als Passwort-Anbieter genauso präsent zu sein überall wie der iCloud-Schlüsselbund, der halt den Vorteil hat als Systemfunktion eigentlich. Aber damit ist so ein bisschen auf eine, kommt man auf eine Ebene. Und wer halt einen spezialisierten Passwort-Manager braucht, für den es ja durchaus eigene Gründe gibt, dann kann man den, hat man da keine Abstriche mehr zu dem iCloud-Schlüsselbund. Also das, denke ich, ist auch wichtig, wichtig dieses Jahr wieder. Ja, sprechen wir über iPadOS 17. Wir hatten es ja schon ein bisschen angetönt mit den Widgets. Wir bekommen jetzt ja auch den Sperrbildschirm, den es beim iPhone letztes Jahr gegeben hat. Was sagst du denn generell zu dieser ganzen Entwicklung, die ja nun sich verstetigt hat? Also iPadOS bekommt immer das Best of iPhone, aber leider ein Jahr später. Ja, es ist halt sinnbildlich leider ein bisschen für iPadOS, dass es halt, es spielt halt die zweite Geige. Vielleicht manchmal auch die dritte, man weiß es nicht so recht. Obwohl, ja, kann man ja auch bei macOS drüber diskutieren. Das ist halt, iOS ist natürlich der große, der große Fokus und der große Geldbringer unterm Strich, weil es halt ans iPhone geknüpft ist. Und jetzt war vielleicht natürlich Ablenkung durch VisionOS und Neues, das große neue Ding in der Zukunft. Aber das iPad ist halt, also ich meine, auf der einen Seite ist es gut, dass sie da jetzt konsequent dran geblieben sind und dass sie jetzt diese Funktionen zur Anpassung des Sperrbildschirms auch nachliefern. Ich glaube, die sind einfach zu essentiell, als wäre es sehr traurig gewesen, wenn die es halt nicht rüber geschafft hätten. Weil ich glaube, am iPad will man natürlich auch Widgets auf dem Sperrbildschirm in der Form haben. Und man möchte auch verschiedene Sperrbildschirme anlegen können und zwischen denen wechseln können. Also all diese Sachen, die auf dem iPhone schon eine Selbstverständlichkeit sind, sollten natürlich die auf dem iPad auch sein. Und sind sie dann zum Glück halt auch ab iPadOS 17 im September oder wann auch so mal es erscheint. Aber trotzdem ist es ja so, die Abspaltung von iPadOS, von iOS war ja schon mit der Hoffnung verknüpft, dass beim iPad mehr einzigartige Funktionen landen, mehr auch das, was die Arbeit auf dem iPad etwas abhebt, also auch für den professionellen Bereich mehr Funktionen bekommt. Und ist diese Separierung denn rückblickend jetzt ein großer Gewinn gewesen? Was ist so deine Zwischenbilanz, wenn du darauf mal jetzt auf die ersten Jahre iPadOS zurückblickst? Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich glaube, meine persönlichen Hoffnungen an diese Namensänderung oder Namensausgliederung haben sich, glaube ich, nicht erfüllt. Also ich hätte mir gedacht oder erhofft, dass Apple da sehr viel schneller und konsequenter weitergeht. Aber aus meiner Perspektive ist natürlich auch, ich hätte natürlich gerne iPadOS, was sehr stark an macOS angelehnt ist. Und zwar weniger jetzt, was die Bedienoberfläche angeht, sondern mehr, was halt die Flexibilität im Unterbau angeht und die Zugriffsmöglichkeiten und die Basis, die halt in macOS was Fensterverwaltung angeht und auch die Anbindung von externer Hardware oder eben Zugriff über das Kommandozeile auf Zeug. Also all diese Flexibilität, die wir in macOS oder am Mac halt gewohnt sind, die hat es halt einfach nicht aufs iPad geschafft. Und das ist auf der einen Seite gut, weil es halt Komplexität reduziert und viele Sachen einfacher macht und viele Leute diese Komplexität ja auch gar nicht wollen und brauchen. Aber auf der anderen Seite ist das iPad immer noch jetzt in so einer Zwischensituation, in so einem Zwischenfeld gelandet. Und mit Stage Manager haben sie versucht, wieder mehr Flexibilität zu schaffen. Und das ist ja mit iPadOS 16 nicht so richtig gelungen. Also das Stage Manager war ein sehr frustrierendes Erlebnis bis jetzt. Und da ist zum Glück so, dass zumindest, also auch das ist bei Apple angekommen. Und da sieht man schon, dass mit iPadOS 17 es deutlich weniger frustrierend ist. Also man hat viel mehr Flexibilität, diese Fenster zu bewegen und zu positionieren. Und das Betriebssystem grätscht einem dann nicht immer so mit seinen eigenen Vorstellungen rein. Also das, wir sind dann auf dem richtigen Weg, aber es geht halt unglaublich langsam mit iPadOS voran. Also zumindest, wenn man sich dieser Hoffnung hingibt, dass iPadOS so ein bisschen halt ein MacBook-Ersatz sein könnte, dann, also für mich hat es das immer noch nicht geschafft. Ich mag mein iPad, ich arbeite auch manchmal mit dem iPad, mag das iPad insgesamt gern als ein Tool oder als eine Plattform. Und das hat viele tolle Seiten und natürlich in dem Moment, in dem man Stifteingaben oder in irgendeiner Form natürlich was mit Stiften malt. Das Malen kann ich auch nicht besonders gut, aber man kann ja auch irgendwie Dokumente, Anmerkungen, Dokumente oder irgendwas ankreuzen und an Bildern markieren. Also man kann ja viele Sachen mit einem Stift machen und das spielt halt seine Stärke aus. Aber es ist, ich hatte immer das Gefühl, es hängt so ein bisschen, es kann, darf nicht ganz seine Stärken ausspielen. Das ist ein bisschen schade. Sprechen wir über das Geburtstagskind, was ja auch da präsentiert wurde. WatchOS 10, wie erwartet, muss man ja schon fast sagen, wird WatchOS 10 ja schon ein größeres Update sein gegenüber den vorherigen Versionen. Zumindest optisch werden wir ja eine deutliche Veränderung feststellen, oder? Ja, also es ist ein ziemlich umfassendes, naja, Neudesign hört sich dann immer so, manche werden sich vielleicht noch mit leichtem Schock an iOS 7 erinnern. Also es ist kein so radikales Neudesign, aber man merkt, dass sich Apple die Mühe vor allem gemacht hat, auch die eigenen Watch-Apps, die sie halt mitliefern, nochmal anzupacken und zu versuchen, mehr Informationen auf diese ja doch immer noch sehr kleinen Bildschirme, selbst bei der Ultra ist natürlich der Bildschirm ja immer noch sehr begrenzt, mehr Informationen drauf zu bringen und auch so ein bisschen, manches ist ein bisschen farbenfroher und so ein bisschen wirkt ein bisschen knalliger als vorher, weil sie haben ja am Anfang, hat WatchOS sehr viel mit schwarzen Elementen gearbeitet, um möglichst viel Batterie zu sparen, weil das Display halt an der Stelle keinen Strom verbaut, nicht leuchten muss. Und das haben sie jetzt so ein bisschen, davon rücken sie ab, weil sie gemerkt haben, okay, die Watches, die haben, das ist okay mit der Akkulaufzeit, es wird immer besser und die Ultra setzt dann natürlich die Spitze jetzt auf. Aber es ist auf der anderen Seite, es sind jetzt im Moment viele, also sie ändern auch grundlegende Sachen von der Bedienung, von der Tastenbelegung, von der, was die Krone angeht und auch die Seitentaste. Und da bin ich mal gespannt, also da habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass manche Leute, die halt die Interaktion mit der Apple Watch gewohnt sind, wie sie bis jetzt war und halt seit 2015 bis jetzt war, dass da ein bisschen eine, da ist Umstellung, eine vielleicht mitunter schmerzhafte Umstellung steht bevor. Vielleicht dreht Apple in den Betas noch was ein bisschen zurück und passt da was an. Aber es sind halt so ganz kleine Sachen, also eben eine der Neuigkeiten ist, dass man, wenn man an der Krone dreht, dass man dann diese Widgets, eine ganz neue Widgets an sich, die wir dieser Form, also die erinnert an dieses Siri-Ziffernblatt, was es ja jetzt auch schon ein paar Jahre gibt. Aber es ist eine neue Widget an sich, die, in der man eben auch nochmal eine kleine Uhr hat und dann sich verschiedene Widgets so durchscrollen kann, die einem kleine Informationen aus seinen verschiedenen Apps bringen. Das ist eigentlich eine nette Idee, aber ja, gehört halt eben, ist eine grundsätzliche Änderung von einer der Haupt, es gibt ja nicht so viele Tasten bei der Apple Watch, wenn man mal den Action-Button bei der Ultra ausklammern, sind es ja letztlich nur zwei Tasten oder ein Button und eine Taste. Und da sind natürlich schon sehr grundlegende Funktionen, die sich da ändern. Was sind deine Eindrücke von WatchOS 10? Ja, ich finde, dass Apple, zumindest das, was wir bislang gesehen haben, wird es sich ja noch dann im Test angucken müssen, aber ich finde, dass sie es maßvoll geändert haben, dass sie das, was eigentlich dieses Gerät so positiv auszeichnet, beibehalten und dass sie eben schauen, aber dass sie eben, ja, diesen Kern, das Lustige ist ja mit diesen Gedanken mit den Widgets unter dem Namen Glances, haben wir ja von Anbeginn der Apple Watch gesehen. Damals war das aber halt nicht geglückt. Die Frage ist jetzt halt, lag es am mangelnden Interesse oder lag es an der Umsetzung, die ja auch bei der Series 0 ja nun auch bedingt war durch die Rahmenbedingungen, also Apps looten ja sowieso sehr langsam und das sorgte für Probleme. Deshalb spannend, dass sie diesen Ansatz wählen. So vom Aussehen her erinnert es mich ja ein wenig an diese Siri Watch Phase, was man ja da hat, wo auch schon so Infokarten drin sind. Vielleicht haben sie auch Erfahrungswerte daraus, dass sie gesehen haben, okay, das hat schon einen gewissen Erfolg, aber da wünschen sich die Nutzer vielleicht noch ein anderes Konzept irgendwie oder eine höhere Individualisierung eben dessen, was da angezeigt wird. Ja, insofern bin ich mal gespannt und generell wird es ja auch bunter werden, weil sie jetzt mehr mit bunten Hintergründen ja auch arbeiten. In den ganzen UIs, wie du sagtest, der Schwarzfaktor, der darf ein bisschen zurückgehen, es darf bunter werden und es ist doch eine schöne Botschaft, wenn das mal bunter wird. Ja, also ich bin sehr positiv überrascht gewesen von vielen Elementen von WatchOS. Ich bin nur mal gespannt, wie eben diese Umstellung, auch die Seitentaste, die hat ja in ihrer ganzen Leben auch schon, sie war ja ursprünglich bei der Apple Watch, war die ja so ein Kontaktöffner. Es gab so eine runde Kontaktansicht, um seine Kontakte, denen irgendwelche Herztöne zu schicken und diese Digital Touch-Geschichten, die sie am Anfang hatten. Digital Touch ist immer noch versteckt, gibt es in WatchOS 10 immer noch irgendwo in iMessage kann man sich immer noch irgendwelche Herztöne, Herzelemente schicken. Also manche von diesen Ursachen sind auch noch sehr tief vergraben in dem System vorhanden, aber man hat halt dieses kleine Dock oder diese Favoriten und zuletzt Apps, die man bis jetzt hatte, die sind halt nicht mehr da, sondern die Seitentaste öffnet jetzt einfach das Kontrollzentrum, was eine ganz andere Interaktion ist. Also statt das Kontrollzentrum von unten rein zu wischen, von Ziffernblatt unten rein zu wischen oder auch aus einer App von unten rein zu wischen, kann man jetzt einfach auf diese Seitentaste drücken. Und auf der einen Seite würde ich sagen, ja, okay, das ergibt irgendwo schon Sinn, weil das Kontrollzentrum ist halt ein sehr wichtiges Steuerelement und es ist gut, dass Leute das so vielleicht besser finden. Also ich habe den Eindruck, sie haben viele Elemente klarer gemacht, weil die Watch hatte ja sehr viele versteckte Interface-Elemente und das hat Apple so im Laufe der letzten Jahre immer mehr ausgetrieben. Du brauchst keine, du musst diese Sonderfunktionen nicht wissen, du musst nicht wissen, dass du lang drücken musst. Das sind so Sachen, die sind verschwunden im Laufe der Zeit und jetzt kriegst du immer so kleine Hinweise, da kann ich noch, da kann ich was schließen, da kann ich noch drauf drücken, da kann ich weiter wählen, weiter irgendwie scrollen oder so. Also die Watch nimmt dich noch mehr in die Hand ab und das würde ich aber als sehr positiv eigentlich empfinden. Sie bietet eben sehr viele Funktionen und viele davon waren versteckt bis jetzt oder musste man wissen. Was ist denn dein Highlight bei macOS, dem nächsten? Ja, also bei macOS bis jetzt würde ich sagen, ist mein Highlight tatsächlich die schon angesprochenen Widgets, die man auf den Schreibtisch legen kann, weil die sind toll. Ich habe auch nichts gegen diese Bildschirmschoner, die vom Apple TV einfach toll sind, einfach tolle Bildschirmschoner. Es ist halt, ich musste auch schmunzeln, als die Bildschirmschoner als große Neuigkeit angekündigt haben, okay, hatten halt was anderes zu tun. Aber die sind schon toll, die Bildschirmschoner, also das möchte ich denen auch nicht in Abrede stellen. Und worauf ich gespannt bin, ist halt, dass sie jetzt tatsächlich diese Mühe, sagen wir mal, gemacht haben, zumindest auf den Macs mit Apple Chip, also den neueren Macs, diesen Gaming-Modus einzuführen, in denen halt Spiele die komplette Leistung abbekommen sollen. Und halt auf Spiele optimiert ist und auch die Latenz von Bluetooth Gamecontroller und AirPods oder anderen Bluetooth-Kopfhörern, dass da sie nochmal wirklich so einen Hochleistungsmodus geschaffen haben, sowohl für Gaming und auch einen Hochleistungsmodus für die Bildschirmfreigabe, für so ein professionelleres Einsatzszenario, dass man irgendwie auch Remote-Sachen halt mit einer möglichst niedrigen Latenz macht, auch Audio zum Beispiel. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das in der Praxis gestaltet und darstellt, aber da sind schon, haben sie hoffentlich ein bisschen auch grundsätzlichere Sachen gemacht, als jetzt einfach nur Bildschirmschoner zu integrieren, die wir vom Apple TV kennen und vielleicht da schätzen. Gab es was, was dich bei macOS besonders gefreut hat, dass wir da mal weitergekommen sind? Der Name, Sonoma. Nein, Spaß beiseite. Der Kult, der an den Namen betrieben wird, der nimmt ja auch immer groteskere Züge an. Zumal auch so langsam die Ersten ja sagen, sie kennen auch gar nicht mehr die dazugehörigen Gegenden in Kalifornien, nach denen das benannt wird. Nein, mir fällt gerade ein übergreifendes Feature an, das aber sicherlich auch auf dem Mac für Freude sorgen wird, wenn man zum Beispiel jetzt da was eingibt, nämlich die verbesserte Autokorrektur. Also das ist generell die Korrekturfunktion und da auch so ein Beispiel für den Einsatz von KI, was ja ein Thema ist, was Apple so den großen Oberbegriff haben sie gescheut. Sie sind nicht auf diesen Hype-Zug mit aufgesprungen, den ja nun alle anderen Tech-Firmen, insbesondere Mitbewerber Google. Google hat ja sehr stark eben das KI-Thema, ich möchte schon fast sagen, überstrapaziert bei seiner I.O. Es gab ja nichts, was nicht irgendwie mit KI jetzt veredelt wird und bei Apple bleibt es bei dieser ja durchaus auch mitunter kontrovers angesehenen Entscheidung KI da, wo es sinnhaft ist. Und KI auch eher lieber im Unterbau und wir sagen gar nicht offen, dass es KI ist, sondern man merkt einfach nur den Effekt. Ja und so ist es jetzt auch bei der Autokorrektur. Also da gehen sie jetzt ran, nach vielen Jahren, wo man den Eindruck hat, dass sich da ja nur partiell etwas getan hat. Ich glaube, nicht nur ich werde dankbar sein für diese, wenn das tatsächlich deutlich besser ist. Ich habe einmal mehr festgestellt, jetzt auch so bei dem Trip, dass wenn man dann irgendwie dann häufig mal eintippt und immer, immer wieder da ansetzen muss, so schlau das ja mitunter ist mit dieser Vorerkennung. Aber ja, eine KI könnte da schon echt deutlich weiterhelfen. Ja, an die Autokorrektur sind natürlich immer große Hoffnungen geknüpft und dann auch große Enttäuschungen dabei. Also ich hoffe auch, dass wir da nochmal einen Schritt weiterkommen dieses Jahr. Ich hatte persönlich auch nicht so, aber es gibt ja auch Leute, also es ist, man ist ja da auch so einem Zufallsfaktor unterworfen, ob da die eigene Autokorrektur an einem gewissen Punkt einfach komplett verrückt spielt und nicht mehr sinnvoll ist oder was sie genau verbessert. Und natürlich mit den verschiedenen Sprachen, je nachdem zwischen welchen Sprachen man da vielleicht persönlich auch wechselt, wird man da vermutlich auch sehr unterschiedliche Erfahrungen haben. Also da spielen sich ja viele Elemente mit rein und ich, ja, es wäre sehr schön, wenn sie natürlich, weil sie eine so wichtige Basisfunktion ist. Also eine Autokorrektur, die wirklich, wirklich, sagen wir mal 99 Prozent halt zuverlässig das Richtige liefert oder was Sinnvolles liefert, die wäre natürlich schon ein starkes Argument dann zusätzlich für diese Updates. Ja, ich weiß nicht, wie dir das geht. Hast du noch weitere Software-Features, die pressieren? Ja, also ich meine, es gibt noch, es gibt sehr viele Sachen. Wir haben natürlich auch nur gestreift, muss man sagen. Wie immer, es ist natürlich, obwohl es ein ruhigeres Jahr war insgesamt, glaube ich, für die Betriebssysteme, sind natürlich im Detail immer noch viele Sachen zu finden. Vieles wird man auch noch entdecken, wahrscheinlich während der Beta-Phasen. Und wir werden uns natürlich auch sehr ausführlich in den nächsten Mac & I heften, damit widmen, auseinandersetzen mit den Betriebssystemen und ihren verschiedenen Neuerungen, was man da jeweils mitmachen kann. Also eine Sache, die mir persönlich und nicht nur mir persönlich, sondern wahrscheinlich sehr vielen große Freude bereiten werden, ist die Möglichkeit, AirTags halt gemeinsam zu nutzen, weil das war ja bis jetzt wirklich ein Desaster, dass man in einem Familienkontext der geteilte Autoschlüssel oder irgendein geteilter Schlüssel für irgendwas, dass halt eine Person immer das Problem hatte, dass sie irgendwelche Warnungen erhalten hat und Achtung, du wirst verfolgt von einem AirTag, aber das war halt einfach AirTag dann das andere. Und das sind natürlich, das war wirklich frustrierend auf einer gewissen Ebene, dass das jetzt so lange gedauert hat. Wir hatten ja eine eigene Sendung gemacht, über zwei Jahre AirTag. Und das ist, ich bin froh, dass das jetzt ab Herbst dann vorbei ist und man dann einfach mit, ich glaube, bis zu fünf Personen, ich habe es gar nicht mehr im Kopf, das ist auch nicht an die Familienfreigabe geknüpft. Man kann natürlich auch mit Freunden AirTag teilen oder mit anderen Leuten, mit denen man eben den AirTag teilen möchte. Und dann kann man den gemeinsam nutzen und eben gemeinsam halt schauen, wo ist dieses verdammte Objekt, was man sucht und halt kriegt keine irreführenden und erschreckenden Tracking-Warnungen mehr, die halt unsinnig sind. Ja, was ja einmal mehr auch für Freude sorgt oder sorgen dürfte, das ist ja, dass bei den AirPods ja auch wieder mit Software nachgelegt wird. Also, dass Apple da auch eine neue Funktion macht, diese, ja, noch feinere oder dieser automatische Modus, der zwischen Transparenz und Abschirm dann geht. Ich glaube, diese ganze, dann diese Umschaltbarkeit zwischen Transparenzmodus und Noise Cancelling wird ja sowieso schon so, wie Apple sie macht, wertgeschätzt. Aber wenn das jetzt dann noch mehr Intelligenz bekommt und sich sogar im besten Falle selber anpasst, ja, das ist natürlich auch eine nachträgliche Aufwertung des Produkts, was man sich da gekauft hat. Ja, das ist schön, dass wir da bei den AirPods auch konsequent nachliefern. Also ich meine, das ist ja auch, natürlich kommen wir jetzt in die Region, dass man auch vielleicht halt ein gewisses Level von Hardware, also ich weiß gar, ich habe noch gar nicht geschaut. Ich glaube, also man wird auch die, zum Beispiel von AirPods Pro jetzt die aktuellen brauchen, um dann von allen, manche Funktionen, da kommt ja immer die Diskussion, wird das irgendwie bewusst ausgeklammert oder ist wirklich dann der Chip drunter so entscheidend? Ja, das kann man, muss man in dem Fall dann für sich selbst entscheiden. Aber es ist auf der anderen Seite, also ich meine, die AirPods haben sie ja auch wirklich auch ansonsten konsequent erweitert. Also auch diese Integrationen, wo ist, dass du die eben auch darüber orten und finden kannst und diese verschiedenen Sachen. Also AirPods sind schon ein tolles Produkt, was das von Apple auch viel Liebe bekommen hat im Laufe der Jahre, sowohl softwareseitig dann auch als bei der Weiterentwicklung. Also das muss man schon sagen. Ja, ich denke, mit Blick auf die Uhr, wir haben einen groben Überblick, du hast es gesagt, gegeben über das, was uns bei der Software erwartet. Aber es soll ja auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir darüber sprechen oder schreiben. Da gibt es ja eben auch diverse Darstellungsformen, die wir uns ja bedienen. Ja, herzlichen Dank an alle, die reingehört haben hier in diese Mac & I Podcast Folge Nummer 47. Danke Leo für das schöne Gespräch und den Austausch über die Software. Es macht ja eigentlich mindestens genauso viel Freude wie das Angucken der Keynote, anschließend darüber zu fachsimpeln, was man davon halten soll und was so die ersten Eindrücke sind. Den Mac & I Podcast, den gibt es auch wieder und wir würden uns freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.